Diesen Fehler empfehle ich auf jeden Fall wegzulassen. Wenn du merkst, dass deine Pflege nicht mehr reicht, dass die Creme in die Haut einzieht und du nicht mehr ein komfortables Hautgefühl hast, dann brauche ich auf keinen Fall doppelt so viele Creme. Deine Haut sagt dir eigentlich, dass diese Pflegecreme, die du aktuell brauchst, dein Pflegeritual nicht ideal ist für diesen Moment. Lege die Produkte auf die Seite und brauche deine reichhaltigere Variante von einer Pflegecreme. Oder deine Reinigung anpassen auf eher eine trocknige Haut. So, dass deine Haut wieder Wohl hat und vor allem, dass es deinem Budget gut geht. Denn wenn du plötzlich doppelt so viel der Pflegecreme brauchst, dann ist sie auch doppelt so schnell leer. Und das empfehle ich auf keinen Fall. Wenn du Fragen hast, dann bin ich sehr gerne für dich hier. Gerade so, weil es ist deine nächste grössere Option. Das ist manchmal schwierig, um herauszufinden. Aber ich bin hier für dich und ich freue mich von dir zu hören.